Ja, es ist halb vier und es geht super rauf da. Jetzt habe ich eine kurze Zeit ein Problem gehabt mit dem Vario. Habe ich jetzt lösen können, dass die Batterie ladet wieder und es funktioniert wieder super. Gewaltiger Tag, aber es ist eigentlich zu wenig Rücken, ganz schwach, so 15 kmh vielleicht. Sollte der was.